Moin und herzlich willkommen hier zur dieswöchigen Ausgabe des Kartellmarkt aktuell. Tja, wir sind diesmal etwas später dran. Das liegt daran, dass ich im Real Life jetzt gerade ein paar Veränderungen hatte und ich daher nicht dazu gekommen bin, rechtzeitig das Ganze aufzunehmen. Ich kann euch auch nicht garantieren, dass diese Woche noch ein zweites Video kommt. Das sieht aktuell auch eher nicht danach aus. Auch für die nächste Woche kann ich euch noch nicht sagen, ob das Video wieder am, wie gewohnt, Mittwoch 14 Uhr kommt oder ob es dann entsprechend wieder später kommt, so wie in dieser Woche. Wie gesagt, ich muss jetzt erstmal gucken, dass sich das Ganze ein bisschen einpendelt und dass ich da wieder die Fenster zum Aufnehmen finde, die Lücken zum Aufnehmen und Bearbeiten der Videos finde. Und sobald das dann geschehen ist, wird das Ganze hier auch wieder in Regelmäßigkeit oder in gewohnter Regelmäßigkeit, sage ich mal, kommen. Gut, das dazu. Ich würde sagen, wir machen eine kleine Auswertung. Letzte Bilderrätsel aus der letzten Woche war natürlich, nach Shadar wurde auch erkannt, das Sternstunden-Casino oder das Star-Cluster-Nightlife-Casino. In der zweiten Etage mehr oder weniger war halt so der Überblick über das Gesamte, über den Hauptraum des Casinos sozusagen und ich glaube, das war durchaus zu erkennen. Imperiale Seite natürlich in dem Blau gehalten, auf republikanisch wäre es dann doch eher orange. Gut, ich würde sagen, das ist die letzte Woche gewesen. Für diese Woche habt ihr hier das Ganze schon im Hintergrund zu sehen und da würde mich natürlich auch wieder interessieren, Planet ist vielleicht etwas einfacher, aber wo genau da? Das ist vielleicht die interessante Frage und vielleicht weiß der ein oder andere eben auch, wo genau das ist. Wenn ihr das wisst, schreibt es doch einfach mal rein und dann sehen wir das ja dann entsprechend nächste Woche in Auflösung. Gut, wir wechseln gleich wieder das Bild im Hintergrund, denn Bioware hat in der vergangenen Woche ein Screenshot gelegt. Zum neuen Flashpoint auf Nathema. Und dieser Nathema Flashpoint mit 5.9 am 1. Mai soll er ja kommen. Da schreiben sie zu, ja, Ancient Temple Complexes, also alte Tempelanlagen sind über Großteile des Planetens verteilt und natürlich sind da jetzt dadurch, dass das überhaupt kein Leben mehr da drauf war und dadurch, dass der Imperator natürlich auch jetzt weg ist, gibt es natürlich jetzt ein paar Geheimnisse auf diesem Planeten und vor allem in diesen Tempelanlagen, ja. Und da fragen sie dann natürlich, was werden wir, was denken wir denn, was wir dort finden werden in diesen verborgenen Tempelanlagen und in diesen, ja, doch sehr zerstörten Umgebungen eigentlich. Aber wir sehen auch auf dem Planeten irgendwie, das Leben kommt zurück, ja. Also es wird wieder grün, es wächst wieder und ich denke mal, das wird rein optisch wenigstens ein ziemlich schöner Flashpoint wieder mal. Vor allem, weil es halt auch so anders ist, ja. Wir haben diese Uinen und trotzdem dieses neue Grüne drüber, vielleicht noch so ein bisschen graustichig alles, ja, so wie Sios halt auch sehr graustichig gehalten ist. Nicht so ganz wie Taris, ja, so sumpfig, sondern halt irgendwie ein bisschen städtischer, sage ich mal. So ein bisschen mehr Bauwerke und sowas. Das ist hier auf dem Flashpoint sehr interessant. Also ich bin sehr gespannt darauf, wie das dann tatsächlich aussieht, wenn man drin ist. Und das ist es an sich auch schon gewesen mit den Updates zum, äh, zur SW-Tor. Ja, es gibt da aktuell nicht viel Neues, die halten sich sehr bedeckt. Vielleicht liegt auch darin, dass Community Manager Eric Moskow gerade im Urlaub ist. Kann man ja mal machen. Wie gesagt, das war es eigentlich zu Neuigkeiten und ich würde sagen, wir wechseln dann in den Kartellmarkt und schauen uns das Ganze mal an. Dafür wechseln wir hier ins Spiel rein und öffnen hier mal den Kartellmarkt. Ich bin wieder auf meinem Söldner unterwegs und jetzt klärt sich auch endlich das, was wir vor vier, fünf Wochen vom Dataminer mal als Bild bekommen haben. Jetzt endlich sehen wir, was dort hinter steckt. Wir haben hier dieses Bild gesehen hier. Und jetzt wissen wir, was dahinter steht, nämlich das Corporate Recheat Decoration Bundle. Und wenn wir da mal reingucken, bekommen wir für 1.855 Kartellmützen exakt 13 Items. Ja, das ist einmal ein Office-Desk von, äh, von Chakra. Das sind zwei Sicherheitskameras. Das sind eben die Luminous Scones, drei Stück. Dann haben wir ein Kaffeetisch-Arrangement. Wir haben das Emergency Escape Submarine, das von der Decke hängt. Das sehen wir hier im Hintergrund. Wir haben den Zirka Food Vendor, der ist auch nicht neu. Den gibt es auch schon eine Weile. Wir haben die Nobility Stagie, das ist die hier vorne links. Wir haben den Fountain, das ist hier dieser, ähm, dieser Springbrunn. Wir haben den Stagie of the Spearmen, das ist hier links zu sehen. Und groß im Hintergrund zu sehen ist das Odessa Command Center, was ja, soweit ich das gehört habe, ein Starship Hook, auf ein Starship Hook kommen soll, beziehungsweise Massive Structure. Das heißt, das Ding ist riesengroß. Und ich muss sagen, für 1.300, für 1.855, das heißt, wir zahlen ungefähr 142 Kartellmünzen pro Item. Ist das eigentlich ganz annehmbar? Ist natürlich so eine Sache. Also, wenn ich mir jetzt gerade Tatooine oder Yavin am Einrichten bin, dann würde ich das hier definitiv nicht kaufen dafür, weil das passt einfach so stilistisch da einfach nicht rein. Wenn ich aber gerade auf Manaan unterwegs bin und da in meiner Festung das Ganze ein bisschen aufhübschen will, dann würde ich sagen, ja, das hier passt auf jeden Fall. Das sieht gut aus. Gerade mit der Submarine, aber auch mit diesen, äh, mit diesen Statuen und dem Springbrunn, denke ich mal, kann man das dort ganz gut machen. Das, diese Odessa Command Center passt vielleicht sogar noch, auch nach Yavin oder auch nach Tatooine, weiß ich aber nicht, äh, müsste man sich dann direkt mal angucken, wie groß das tatsächlich ist. Und das zweite Bild, was wir vor einigen Wochen vom Data-Miner bekommen haben, ist das hier. Da haben wir gerätselt, was ist das denn? Da gab es ein paar Vorschläge und jetzt wissen wir es. Es ist nichts von dem, was wir gedacht haben, sondern es ist ein Force-User-Personal-Bunnel. Das heißt, wir kriegen Personal sozusagen für unsere Festung und zwar zwölf Stück für 1100. Das heißt, wir zahlen knapp 100, ungefähr 90 Kartellmünzen pro Persönlichkeit, die wir da reinstellen können und wir bekommen dort sechs Jedis und sechs Sith. Also immer absteigend oben von Master, also Meister, Kampfmeister, Ritter, Wächter, Schüler und Padawan. Und auf der imperialen Seite kriegen wir einen Lord, einen Attentäter, einen Ritualisten, einen Wüter, einen Schüler, einen Apprentice und auch einen Akkulüten. Das heißt, wir haben eine Auswahl, eine große Auswahl an Leuten, die wir uns dann in die Festung stellen können. Ich bin da nicht ganz so der Fan von. Ja, es ist meine Festung, vielleicht noch ein paar Wachsoldaten am Eingang, aber das ist es dann. Ich will da hinten meine Ruhe haben, da sollen nicht irgendwelche Leute rumstehen. Deswegen bin ich nicht ganz so der Fan von, aber für den einen oder anderen ist das vielleicht ein schönes Paket. Ja, der große Kartellmarkt-Sale aus den letzten beiden Wochen ist ja vorbei. Wir haben jetzt zwar immer noch 40 Seiten, aber das ist nicht mal die Hälfte von dem, was wir in der vergangenen Woche noch hatten. Wir haben auch noch ein paar Waffen drin, ja, gerade so diese aktuellen hier. Ich glaube, das ist auf der nächsten Seite genau diese hier. Das ist natürlich noch drin, da will Bioware natürlich auch noch mit Geld verdienen. Dann haben wir auch haufenweise Lichtschwertkristalle noch, logischerweise auch immer in allen vier Ausführungen, ja. Also mit Crit, mit AP, mit Ausdauer und mit Beherrschung. Und dementsprechend haben wir da verschiedenste Farben. Und das ist auch der Großteil sozusagen hier im Kartellmarkt aktuell. Und dann haben wir aber auch noch ein paar Mounts, die übrig geblieben sind. Die Flares, wir haben ein paar Freischaltungen natürlich noch. Die sind ganz klassisch, die sind eigentlich immer drin. Wir haben immer noch die Dekoration, da kann man auch ganz gut einkaufen. Da sind die Preise auch immer noch relativ niedrig. Wir haben ein paar Pets. Und dann haben wir natürlich hier vorne die Pakete und dann auch noch Farbmodule. Und ganz vorne kommen dann eben nach die Mini-Modes, die sind ja auch noch teilweise mit drin, haben wir dann eben noch ein paar Anpassungen und natürlich die Rüstungssets. Und eins davon ist halt diese Woche gefeatured. Und zwar ist das Darth Malak's Amor Set. Ich bin mir nicht ganz sicher. Ich glaube, das ist sogar diese Woche neu drin. Ich glaube, das war während des Events nicht erhältlich. Deswegen steht das hier auch vorne mit drauf. Will ich mich aber nicht darauf festlegen. Egal wie es ist, Darth Malak natürlich eine Persönlichkeit, die man mindestens mal gehört haben sollte, bei der man wissen sollte, wer das war. Und wenn man ganz gut ist, hat man Kotor gespielt und hat sogar sich mit ihm persönlich beschäftigt. Wir kriegen also ein Rüstungssets für 1440. Ist das auch sehr angemessen. Ich finde aber, es färbt sehr schön. Also wir haben den Umhang hinten, der färbt. Wir haben das Rot als Primär, glaube ich, und das Schwarz als Sekundär. Und das färbt wirklich komplett das Set. Also bis auf so wenige Ausnahmen färbt das richtig gut durch. Klar, die Maske hier, dieser Kieferschutz, Unterkieferschutz, der bleibt natürlich in diesem Grau. Aber wirklich große Flächen färben da. Und das ist ein sehr schönes Set für 1440. Kann man durchaus überlegen, sich das zu holen. Master Starter Cron und die Ultimate Packs als Hypercrate sind natürlich hier auch noch mit drin. Müssen wir aber gar nicht drüber reden. Ist nichts Neues. Scheinbar gibt es auch den weißen Kristall jetzt gerade neu. Vielleicht ist der jetzt auch bloß gefeatured, damit sie den Platz hier unten finden. Jedenfalls füllen können. Jedenfalls ist hier eben der weiße Kristall drin. Gibt es natürlich nicht nur als Indestructible, also mit Ausdauer, sondern logischerweise auch mit Crit, AP und Beherrschung. Wir haben einen Jungleman Kalinx, also eine kleine Dschungelkatze. Meiner Ansicht nach allerdings für 240 vielleicht. Ist ein bisschen teuer. Wer aber die unbedingt haben will, das kleine Kätzchen kann dort zuschlagen. Wir haben ein Emote und zwar das Schaufeln. Und das ist jetzt auch neu. Für 125 kriegt man eben eine Schaufel in die Hand und kann losgraben und da vor Ort eventuell noch was finden. Aber meistens gräbt man einfach nur durch die Gegend. Und wir haben die Solus Seekend, also ein Gleiter, so ein bisschen halbkugelförmig an den Gris orientiert. Schönes Ding, 1500 allerdings dafür, dass es kein Emote gibt, also keinen Effekt gibt sozusagen. Ein bisschen viel vielleicht. Das ist ein Kartellmarkt only, das heißt, das gab es nie in einem Paket, aber trotzdem meiner Ansicht nach ein bisschen teuer. Dafür, dass es bloß so eine Halbkugel ist, die noch nicht mehr vollständig ist und innen auch noch ausgehöhlt ist. Naja, muss ich sagen, ist jetzt nicht ganz so der Buller. Gut, das ist es dann, wie gesagt, auch schon gewesen. Denn keine neuen Neuigkeiten. Wir warten auf 5.9 auf den 1. Mai. Vielleicht gibt es im Laufe der nächsten Woche nochmal ein paar Updates zu dem Thema mit den Klassenanpassungen. Vielleicht gibt es auch noch ein paar andere Infos. Das werden wir dann nächste Woche besprechen. Wie gesagt, ich kann euch nicht versichern, dass am Wochenende ein Video kommt. Ich wünsche euch trotzdem ein schönes Wochenende. Ich glaube, in dem ganzen Empfangsbereich hier von diesen Videos ist schönes Wetter gewesen in den letzten Tagen. Und hoffen wir, wenn mir das dann mal so bleibt, dann wünsche ich euch ein schönes Wochenende. Ich bedanke mich natürlich fürs Zuschauen. Mein Name ist Theodor Lohr und ich bin raus. Tschüssing! Musik Musik Mike Musik Bis zum nächsten Mal.